nutze einen schatten stein und berge dann das geistergefäß ist hier die zweite phase vom dunklen john ist hier wir müssen hier auf jeden fall neben weeping woods hier in dieses neue gebiet und hier unten bei diesem baum gibt es auf jeden fall das geistergefäß und davor müssen erstmal schnell zum schatten stein die sieht man ja auch überall rumliegen und ich nehme jetzt einfach kurz mal den verbrauche ich und ist micha hier verwandelt und dann renne ich kurz hier rüber sehen wir hier das geistergefäß und das können wir hier bergen und dann sind wir auch schon fertig damit hier wie gesagt einfach bei dem baum der ist dann auf der karte ganz genau hier an der stelle landet am besten hier direkt in der nähe guckt dann wo so ein schattenstein ist nimmt den und rentiert zum baum hin so wie ich es gerade gemacht habe sehr sehr easy